Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nein, es schmerzt noch. Ich spüre es. Es schmerzt noch? Mein Lord! Lasst mich die Tür für euch öffnen, mein Lord. Ist das deine übliche Aufmachung? Wir treffen den obersten Anführer. Ich habe mich vermissen gekleidet. Aber durch die Macht zu kommunizieren erfordert, keinen Hemd zu tragen? Also, das hatte mich halt kalt erwischt. Genug jetzt. Der oberste Anführer erwartet uns. Ich wette, er hat einen Hemd an. Was machen wir hier? Unangemeldete Hygienekontrolle. Du erledigst also die ganzen wichtigen Aufgaben hier. Also sagte er? Ja, so klein und schumpen bei den Sturmtruppen, aber dafür... Oh, Beteilung. Sir, willkommen. Den verstehe ich nicht. Scheint, als würden wir den Widerstand schon ewig verfolgen. Können wir sie nicht einfach in die Luft springen oder so? Ich verstehe es nicht. Wir besitzen nicht alle die Macht, Kumpel. Hast du keinen Respekt für echtes Handwerk? Na ja, warum funktioniert das nicht einfacher? Große alte Schlachtschiffe. Schlechte Verkabelung, wenn ich es hatte, von einem Java-Verkabelung. Inkompetentes Wartungspersonal. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen das reparieren lassen. Schließ dich mir an und wir reparieren es. Ich weiß, was du da versuchst. Schließt du dich doch mir an und wir reparieren es. Können wir es nicht zusammen reparieren? Klar. Aber du wirst dich mir anschließen. Ich hab's gesehen. Ben, als wir uns an den Händen fassten, sah ich deine Zukunft. Nur den Umguss. Du wirst dich, Snoke, nicht beugen. Du wirst entsagen. Ich werde dir dabei helfen. Ich habe auch etwas gesehen. Und bei dem, was ich sah, wusste ich, wenn der Moment gekommen ist, wirst du bekehrt werden. Du wirst an meiner Seite stehen, Ray. Du wirst dich, Schatz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mein würdiger Schüler, Sohn der Dunkelheit, rechtmäßiger Erbe des Lord Vader, erfülle dein Schicksal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Dann kommt einer, Ben! Ray, alles in Ordnung? Erstmals los! Oh, oh. Oh, was ist das? Gut. Alles okay, Dabrüben? Macht ihr auf mich keine Sorgen. Dabrüben, Dabrüben! Ihr dürft alle Helm tragen. Dabrüben, 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 Dabrüben. Dabrüben, Dabrüben, Dabrüben! Dabrüben, Dabrüben, Dabrüben! Dabrüben, 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 D Die Flotte! Wir können die Flotte immer noch retten! Ray? Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung bringen. Tu das nicht, Ben. Komm mit mir. Finn, Horno macht die Transporter startbereit. Sie hat vor, den Kräuter zu verlassen. Habt ihr den Meister-Code-Knacker gefunden? Na, wir haben einen Code-Knacker gefunden. Du kriegst das doch hin, oder? Wir tarnen uns in Anflug, dann sind wir nicht auf jeden Schirmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017